Ich bin Nicole Spiess. Ich bin gelernte Kosmetikerin seit 1991. Seit 1995 habe ich Lehrlinge ausgebildet und seit dann Angestellten. Ich bin sehr mit Liebe und Leidenschaft dabei, beim Beruf, bei der Ausbildung, mit jungen Leuten. Die geben auch immer einen schönen Input, dass man auch dran bleibt. Dass man immer wieder mit neuen Sachen konfrontiert wird, die die Kosmetik bringt. Ich bin auch seit dieser Zeit bei Simon Käller. Ich habe sie kennengelernt wie in ihrer Lehrzeit durch meine Chefin. Und bin eigentlich bei dieser Firma bleiben, weil sie mich immer gut bedient hat. Mein Lieblingsprodukt im Moment ist Satisfied. Es bietet für mich einfach alles, was ich im Moment brauche. Für die Fusspflege oder die Fusspflege. Die Natürlichkeit. Auch keine Barabendstoffe drin. Und für jede Kundin das gewisse Produkt. Dass sie ihre Füsse entweder kühlen oder einhaltig pflegen kann. Das ist für mich eine runde Sache. Was mir gefällt an Simon Käller ist auch, dass sie immer für einen da sind. Dass sie einem Sachen schenken, prozent geben. Wenn man irgendein Problem hat. Dann schauen sie uns das an. Und uns eine gute Offerte machen. Darum werde ich auch in Zukunft bei Simon Käller bleiben. Weil das für mich passt einfach mit dieser Zusammenarbeit.